Faschings sagen sie bla bla und nicht leilei, aber das ist ein Problem, das wird man doch hinkriegen, glaube ich. Wer hier dazugehört, der besitzt einen Villacher Faschingsorden. Die Gilde, scharf geschossen, bevorzugterweise in Richtung 61 Jahren, Villacher Fasching vergab die Gilde über 8000 Orden, dieses Jahr. Ich zum Teufel bin in Klagenfurt rausgekommen. Du, wo bleibt denn der Fredl? Du hast doch gemocht, ein Reis. Fredl, wenigstens hast du noch eine, gell? Aber wenn man es genau nimmt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Frauen und Autos. Aber geh, bei welchen denn? Entweder schön oder praktisch, beides zusammen gibt es nicht. Du weißt aber auch... Du mit deinen Teppaten überholendlich! Ich sag euch, meine Frau kocht es schon gut, dass man immer erst nach einem Essen-Pep tut. Dabei beruht ja meine Beziehung auf einem Irrtum.